Kapitel 9 Die Nacht vor Ostern In Grünfels war die Nacht vor Ostern immer etwas Besonderes. Die Kinder konnten vor Aufregung kaum schlafen, denn es war die Nacht, in der der Osterhase seine Geschenke verteilte. Lea, Luisa, Mahler und Paul hatten jedoch dieses Jahr einen anderen Plan. Sie wollten versuchen, den Osterhasen bei seinen Vorbereitungen zu beobachten. Heute Nacht bleiben wir wach und sehen nach, was der Osterhase macht, sagte Paul, als er mit seinen Freunden im Baumhaus im Garten von Mahlers Eltern zusammenkam. Sie hatten Decken, Taschenlampen und einige Snacks mitgebracht, um sich die Nacht über wach zu halten. Durch die Fenster des Baumhauses beobachteten sie den Mond und die Sterne und lauschten den nächtlichen Geräuschen des Waldes. Stunden vergingen, und die Kinder begannen, müde zu werden. Aber gerade als Lea vorschlug, vielleicht doch schlafen zu gehen, hörte Luisa ein Geräusch. »PSST, habt ihr das gehört?«, flüsterte sie. Alle horchten auf. Draußen war ein Rascheln zu hören, gefolgt von einem leisen Hoppeln. Die Kinder drängten sich an die Fenster, um einen Blick zu erhaschen. Im schwachen Licht des Mondes sahen sie eine Gestalt, die sich schnell und leise durch den Garten bewegte. »Das muss der Osterhase sein«, flüsterte Mahler aufgeregt. Sie beobachteten, wie der Osterhase von einem Versteck zum anderen hoppelte und bunte Eier und kleine Schokoladenhäuser zurückließ. Es war ein faszinierender Anblick, diese legendäre Figur in Aktion zu sehen. Nachdem der Osterhase verschwunden war, waren die Kinder zu aufgeregt, um zu schlafen. Sie sprachen über das, was sie gerade erlebt hatten, und über die Magie des Osterfestes. »Das war das beste Ostergeschenk, das wir je bekommen haben«, sagte Luisa. Als der erste Lichtstrahl des Morgens durch die Fenster des Baumhauses fiel, schliefen sie schließlich ein, müde aber glücklich über ihr nächtliches Abenteuer. Es war eine Nacht, die sie nie vergessen würden, eine Nacht, in der sie ein kleines Stück Osterzauber erlebt hatten. Kapitel 10 Der verlorene Osterhase Eines sonnigen Ostermontags entdeckten Lea, Luisa, Mahler und Paul während ihres Spaziergangs durch den Wald einen kleinen, verängstigten Hasen. Der Hase war ganz allein und schien sich verlaufen zu haben. »Sieht aus, als bräuchte er Hilfe«, sagte Mahler, als sie sich vorsichtig dem Hasen näherten. Sie bemerkten bald, dass der Hase ein besonderes Halsband trug, auf dem Lenny stand. »Er muss jemandem gehören«, meinte Luisa. Die Freunde beschlossen, Lenny zu helfen, seinen Weg nach Hause zu finden. Sie nahmen ihn vorsichtig mit und begannen, im Dorf nachzufragen, ob jemand einen Hasen vermisste. Sie gingen von Tür zu Tür, fragten die Dorfbewohner und hängten sogar kleine Plakate auf, aber niemand schien Lenny zu kennen. Trotzdem gaben die Kinder nicht auf. »Vielleicht gehört er jemandem am anderen Ende des Dorfes«, schlug Paul vor. Als sie durch Grünfels gingen, hielten sie Ausschau nach Hinweisen und sprachen mit so vielen Menschen wie möglich. Schließlich, am Rande des Dorfes, trafen sie eine ältere Dame, die sich als Lennys Besitzerin herausstellte. »Oh, mein kleiner Lenny«, rief sie aus, als sie den Hasen sah. »Ich habe überall nach dir gesucht.« Die Freude und Erleichterung auf ihrem Gesicht war unbeschreiblich. Sie erklärte, dass Lenny aus seinem Gehege entkommen war und sie sich große Sorgen gemacht hatte. »Danke, dass ihr meinen Lenny gefunden und ihn sicher nach Hause gebracht habt«, sagte sie und belohnte die Kinder mit einigen selbstgebackenen Osterkeksen. Auf dem Heimweg sprachen die Kinder darüber, wie gut es sich anfühlte, etwas Gutes getan zu haben. Sie hatten nicht nur ein verlorenes Haustier gefunden, sondern auch das Herz einer älteren Dame erfreut. Das Abenteuer mit Lenny war ein weiterer Beweis dafür, dass Oster nicht nur eine Zeit für Eiersuchen und Süßigkeiten war, sondern auch für Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und das Zusammenbringen von Gemeinschaften. Kapitel 11 – Das Osterlabyrinth Die Osterferien in Grünfels waren immer voller Überraschungen, und dieses Jahr hatte der Bürgermeister etwas ganz Besonderes geplant, ein riesiges Osterlabyrinth, das auf einer großen Wiese am Rande des Dorfes errichtet wurde. Lea, Luisa, Mahler und Paul waren begeistert, als sie davon hörten. »Stellt euch vor, ein Labyrinth voller Osterrätsel und Überraschungen«, sagte Paul aufgeregt. Am Tag der Eröffnung des Labyrinths strömten die Dorfbewohner herbei. Der Eingang des Labyrinths war kunstvoll gestaltet, mit Blumen geschmückt und bunte Bänder wehten im Wind. »Das Ziel ist es, das Zentrum des Labyrinths zu erreichen, wo eine besondere Osterüberraschung auf euch wartet«, erklärte der Bürgermeister. Die Kinder betraten das Labyrinth voller Vorfreude. Der Weg führte sie durch hohe Hecken, die so dicht waren, dass man nicht hindurchsehen konnte. An jeder Ecke gab es Rätsel und Hinweise, die ihnen den Weg wiesen. Sie lösten Worträtsel, folgten einer Spur aus bunten Eiern und entzifferten geheime Botschaften, die in den Hecken versteckt waren. Das Labyrinth war ein wahres Abenteuer, voller Überraschungen und Herausforderungen. Nachdem sie mehrere Sackgassen und falsche Wege gemeistert hatten, erreichten sie schließlich das Zentrum des Labyrinths. Dort fanden sie einen großen Osterkorb, gefüllt mit Schokoladenahnen, kleinen Spielsachen und einem Brief vom Osterhasen, der ihnen zu ihrem Erfolg gratulierte. Die Freude und der Stolz in ihren Augen waren unvergesslich. Sie hatten nicht nur das Ziel erreicht, sondern auch unterwegs Teamarbeit und Geduld gezeigt. Als sie aus dem Labyrinth herauskamen, wurden sie von den anderen Dorfbewohnern bejubelt. Sie teilten ihre Geschichten und Erfahrungen und genossen die restliche Zeit beim Osterfest. Das Osterlabyrinth war mehr als nur ein Spiel, es war eine Reise der Entdeckung und des gemeinsamen Erfolgs, ein Abenteuer, das sie noch lange in Erinnerung behalten würden. Am Ende des Tages saßen Lea, Luisa, Mala und Paul zusammen, teilten den Inhalt des Osterkorbes und sprachen über ihre Erlebnisse im Labyrinth. Jeder hatte seine eigene Lieblingsherausforderung, und sie waren sich einig, dass sie im nächsten Jahr wieder teilnehmen würden. Als die Sonne unterging und die Lichter des Festes die Wiese erleuchteten, spürten die Kinder eine tiefe Verbundenheit mit ihrer Gemeinschaft und eine Dankbarkeit für die gemeinsamen Erlebnisse. Sie hatten gelernt, dass der Weg das Ziel sein kann und das gemeinsame Abenteuer die schönsten Erinnerungen schaffen. Mit einem letzten Blick auf das Labyrinth, das nun im sanften Abendlicht schimmerte, machten sie sich auf den Heimweg, erfüllt von Freude und dem Geist des Osterfestes. Kapitel 12 Die Osterüberraschung Es war ein sonniger Ostermorgen in Grünfels, und Lea, Luisa, Mala und Paul waren aufgeregt, denn sie hatten von einer geheimnisvollen Osterüberraschung im Dorf gehört. Niemand wusste genau, was es war, aber Gerüchte sprachen von einer besonderen Entdeckung, die dieses Jahr an Ostern gemacht werden sollte. Vielleicht ist es ein riesiger Schokoladenhase oder ein geheimes Osterei, spekulierte Luisa, als sie sich auf den Weg zum Dorfplatz machten. Als sie ankamen, fanden sie eine große Menschenmenge, die sich um etwas versammelt hatte, das mit einem bunten Tuch bedeckt war. Der Bürgermeister stand davor und hielt eine kleine Ansprache. Liebe Bewohner von Grünfels, dieses Jahr haben wir eine besondere Überraschung für euch vorbereitet, die die Herzen von Groß und Klein erfreuen wird, verkündete er. Mit einem dramatischen Schwung zog er das Tuch weg und enthüllte eine wunderschön gestaltete Osterskulptur. Sie war aus verschiedenen Materialien gefertigt und zeigte eine Szene mit Hasen, Küken und bunten Ostereihern, die in einem frühlingshaften Garten spielten. Die Kinder waren begeistert von der Detailtreue und den lebendigen Farben der Skulptur. Sie bewunderten die kunstvolle Arbeit und die fröhlichen Ausdrücke der Figuren. Wir möchten, dass diese Skulptur ein Symbol für die Freude und den Geist der Gemeinschaft in Grünfels ist, erklärte der Bürgermeister. Dann gab es eine weitere Überraschung, jedes Kind im Dorf erhielt ein kleines Ostergeschenk. Lea, Luisa, Marla und Paul bekamen jeder ein handbemaltes Osterei, das von den Dorfbewohnern gefertigt worden war. Der Tag war erfüllt von Freude und Lachen. Die Kinder spielten Spiele, aßen Osterleckereien und genossen die festliche Stimmung. Sie fühlten sich dankbar für die Gemeinschaft und die Freude, die das Osterfest mit sich brachte. Als der Tag zu Ende ging, waren sich Lea, Luisa, Marla und Paul einig, dass dies eines der schönsten Osterfeste war, an das sie sich je erinnern konnten. Die Überraschung hatte nicht nur in ihren Herzen, sondern auch in der ganzen Gemeinde Freude geweckt.